Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem dritten Geek Talk Daily in dieser Woche. Heute ist Mittwoch, der 13. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 580 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. www.mymikros, P30-Werbung, Android-Apps, El Allo, Updates und Sen Shen. Ich beginne mit einem Thema, was ich eigentlich gestern hätte drin haben sollen. Denn gestern wurde das WWW 30 Jahre alt. Mein Gott, ist das lange her. Im Jahre 1990 kam der erste Browser ins Weltgeschehen, womit man dann eben dieses WWW surfen konnte. Im Jahre 89, genauer gesagt am 12. März 89, wurde das WWW vorgestellt. Damals von Tim Berners-Lee, ich hoffe ich spreche den Namen einigermassen gut aus. Am CERN in Genf in der Schweiz. Später kamen dann im Jahre 94 Netscape dazu. Im 95 der UL Internet Explorer. 98 Google und so weiter und so fort ging es dann weiter. Wer sich dafür interessiert, einen Link dazu in den Shownotes. Kann man auch einen Tag nach dem 30. Geburtstag nachlesen. Die Migros, der Schweizer Dettelhandler, hat ein neues Online-Portal, ein Online-Shop im Auge und will anscheinend MyMigros umsetzen. Das Ganze soll aktuell an einer kleinen Gruppe getestet werden. MyMigros ist ein Online-Shop mit Migros-Produkten logischerweise, die anhand von den Cumulus-Daten ermittelt werden. Für die Deutschen und Österreicher Hörer, die das nicht kennen, Cumulus ist so das Punktesammelzeug von der Migros. Er hat ja bei euch in Deutschland auch der eine oder andere Shop. Und ich nehme an, auch in Österreich gibt es solche Möglichkeiten, wo man das Ganze erfassen kann. Oder besser gesagt, wo der Detailhändler oder der Verkäufer sieht, was ihr euch so alles zusammenkauft und euch dann zugeschnittene Aktionen bieten kann. Das Ganze klingt spannend, aber halt die ganzen Daten. Ich bin ja nicht unbedingt ein Fan von Cumulus und Supercard und wie die ganzen Dinge noch so heißen. Gehen wir weiter mit Huawei. Und da bin ich grundsätzlich ein Fan, aber von dem, was jetzt wieder passiert ist, nicht. Denn Huawei hat schon ganz fleißig die Werbetrommel für ihr gegen Ende des Monats kommenden oder vorgestellt werdenden P30s angekurbelt. Da gibt es schon Werbebilder und so weiter. Ziemlich peinlich daran ist, sie haben es zum dritten Mal in Reihe geschafft, die ganzen Bilder, die sie damit bewerben, nicht mit dem Smartphone zu machen, sondern wieder mal mit einer Spiegelreflexkamera. Noch unschöner ist es, dass gewisse Bildercontent, den sie verteilen, von Plattformen kommen, die Stockfotos anbieten. Das ist ja nochmals doppelt so peinlich, denn die Bilder gibt es halt einfach mehrfach auf der Welt und somit erkennen die Leute das auch. Und sie sind natürlich auch nicht mit dem P30 geschossen. Unschön, unschön. Eigentlich hätten sie es nicht nötig oder nicht so nötig, würde ich doch behaupten. Neuigkeiten gibt es auf Windows 10 oder gibt es bald schon, denn man kann jetzt quasi das Android auf das Windows 10 Screen spiegeln. Eigentlich wie man es kennt beim iPhone, einfach anstecken und dann den Inhalt vom iPhone, von iOS auf den Mac abzubilden oder abzufilmen oder während des Vortrags zu zeigen, geht das Ganze jetzt dann auch mit Windows 10 und eben einem Android Device. Zumindest wenn es eine Bluetooth LE Verbindung haben kann und da braucht es zuerst mal ein Windows Device, das das kann. Das neue kommende bald Surface soll das können und aktuellere und da ist es eben leider schon ein bisschen mau ab. Bei Samsung Geräten ist das S8, S9 rum glaube ich, haben die dann LE und natürlich die neueren Huawei und ein paar größere Handys. Bei den Mittelklasse Phones wird es dann teilweise schon wieder schwieriger. So in den letzten 1-2 Jahren, da ist man dann schon eher auf der sicheren Seite. Wer das nutzen möchte, kann nachlesen in den Shownotes, wie das Ganze funktioniert. Ist ein Link dazu dabei. Gestern auch hätte ich bringen sollen, die letzten Stunden von Google Allo. Aber eigentlich passt es ja, weil es erst am Ende vom Tag und somit Amerika-Zeit erst heute in der Nacht abgestellt wurde. Google Allo, der Chatbot, nicht Chatbot, den Chat-Tool, das keiner nutzen wollte. Tja, schade ist es nicht. Windows 10 kann problematische Updates selber entfernen. Ein neues Feature, was Windows 10 jetzt dann bringen wird mit den nächsten Updates, ist, dass eben Updates, die irgendwie nicht ganz so funktionieren, sich selber wieder deinstallieren, nicht ausführen und vor allem auch da eine Blockade einbauen, dass das Update nicht automatisch, sofern ihr die Funktion eingestellt habt, wieder installiert wird beim nächsten Neustart oder im nächsten Nacht oder im nächsten Rhythmus, wo das Ganze reinkommt. Das Ganze wird dann für 30 Tage blockiert und ihr könnt dann händisch eingreifen, wenn ihr möchtet oder es da schon vorher Möglichkeiten gibt. Zu guter Letzt kommen wir zum kleinen Weltrekord, also bis zu einem großen Weltrekord in der chinesischen Stadt Shenzhen, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, haben sie jetzt umgestellt. Und zwar mittlerweile ist die gesamte Busflotte, die sie da nutzen, also zum Personentransportieren, auf Elektrobetrieb umgestellt. Das heisst 16.359 Busse wurden umgestellt. Man spart damit sehr, sehr, sehr vieles ein. Zum einen an Emissionen, die nicht in die Atmosphäre rausgehen, aber natürlich auch beim Treibstoff. Anscheinend sollen das 345.000 Tonnen Treibstoff pro Jahr sein im Vergleich zu den Dieselgeräten, die sie vorher hatten. Schon unglaublich. Und die Gerätschaften, oder besser gesagt, die Autos, die Busse, die kommen von Build Your Dreams, BID, die ja vor, waren das zwei Jahren, am internationalen Mobilshow, wie heisst die, in Genf, der Autosalon in Genf, ja da ein neues Gerät vorgestellt haben. Und ein neues, nicht schon wieder Gerät, ein neues Auto vorgestellt haben, ein Elektroauto, das richtig spannend war. Auch haben sie in der Stadt übrigens die Taxis umgestellt. Bis jetzt haben sie 62,5 Prozent aller Taxi auf Strom umgestellt. Das sind auch 12.518 Fahrzeuge und bis spätestens 2020 sollen alle Taxis umgestellt sein. Das ist natürlich toll, wenn man aber bedenkt, wie ziemlich dunkel und düster, dass es da zu und her geht in den großen chinesischen Städten, war das natürlich auch dringend nötig. Dennoch könnten sich da einige ein Beispiel nehmen. Schweizer Postauto und so weiter. Ich hätte das auch gerne, wenn man hier so rumfahren kann. Wer das anschauen möchte, das nächste, wo ihr es bestaunen könnt, ist in London, da fahren drei doppelstöckige E-Busse rum. Sehr, sehr spannend. Und ja, mal schauen, was da der nächste grössere Rekord in der Richtung sein wird. Das waren jetzt die Themen, die ich heute für euch habe aufbereiten können. Euch einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.